Du hast dich ja beschwert, dass du ja keine Zombies gesehen hast. Jetzt kommen sie. Beschwerst dich auch wieder. Ja genau. Wo war das jetzt hier? Das muss ich jetzt mal anpacken. Wo ist es denn jetzt hin? So. So. Okay, wir haben Durst und wir haben Dirty Water. Soll ich das jetzt trinken? Das bleibt mir nicht anders. Ich hab ja ach doch. Warte mal, ich hab einen Leiter. Vielleicht finden wir ja sogar noch irgendwas cooles und das dann Chili. Komm, wir hauen mal Chili rein. Mal gucken, ob das auch so realistisch ist, dass jetzt der Durst sinkt. Nee, wäre cool gewesen. Hätte ich jetzt echt abgefeiert. So. Du, also ich hab das Spiel auf jeden Fall mögen gelernt. Oh. Oh, ne Batterie. Nimm ich, nehm ich bitte. Und ein Zombie. Natürlich. Also lockt so ein Feuerchen die Zombies auch an. Ach, super. Das ist aber schon krass. Alter, 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 alter weg hier. Die spinnen wohl die Zombies. Einfach in den Wald. Die rennen mir hinterher, die scheiß Tricks. Oh, hier haben wir auch Pfeile. Potenzielle Pfeile. Alter, aber ich kann sie jetzt nicht craften, verdammt. Das ist grad so ärgerlich. Apropos im Forum vom HLZ1. Oh, tschüss. Im Forum vom HLZ1 schreiben auch viele hin. Eine Maustaste 4 und so. Und da hat einer hingeschrieben, der hat die Taste gefunden. Das wäre die Taste T. Ah. Cool. Ich mach mal hier die Türen mal lieber zu. Ich weiß nicht, öffnen Zombies Türen? Ich glaube nicht. Okay. So, jetzt können wir uns mal ein paar Pfeile craften. So haben wir wenigstens. So soll ich wieder ein bisschen mit meinen Türen und dann können die Zombies ruhig erstmal reinkommen. Ich hör auch gerade Zombies so ziemlich nah. Alter, aber ich glaub, die kommen nicht durch die Türen rein. Das ist gut. Oh, die Klopfen gegen die Tür. Die dringeln ein. Oh, Alter, bin ich jetzt nicht dran. Alter. Oh, Alter. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet, dass der Zerbio immer vor mir steht. Alter, wie schießt man denn die Dinger? Der kommt dann an die Füße. Oh, Alter, bin ich jetzt erschrocken hier. Oh, verzögelt. Cool. Alter. Wie kommt die mit dem Bogen gerade überhaupt nicht klar? Aber ich muss das so feiern, wie das von mir angeküßt gekommen ist. Ach nee, ey. Ich duck mich immer kurz davon ab. Das gibt's doch gar nicht. Oh, ja. Ich hab keinen Pfeil mehr. 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 Jedes Mal, siehst du das, wenn ich schießen will? Ja. Wenn ich schießen will, dann zuckt der so zur Seite und ich schieß vorbei. Vollidiot. Alter. Ich brauch definitiv noch ein paar Pfeile. Und ich brauch Energie. Ich bin sowas von im Arsch. Alter. Toll. Oh. Also man muss diese Türen definitiv verbarrikadieren und das mal hier irgendwie. Oh. 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 Hau. Übelst krass. Ah jaja. Ich werde hier gespawnt und hör. Da bin ich jetzt blöd. Eine Türen, sie haben. Okay. ok dann wird es wieder ein standort machen hier am anfang zwerg wo ich mit dem ding überhaupt nicht umgehen kann will ich noch mal so sagen aber jeder schon gesehen die letzten zehn minuten so immer noch mal da mal noch mal da mal noch mal glaube ich muss in dem bogen unbedingt üben das ist schon krass bei mir ist hier so eine leon röhrer vermeiden von dem licht durchgebrannt das ist für die ganze zeit ein geflagger streue langsam durch ist bei dem raum die draußen im garten klar okay sehe ich gerade aber kann sich auch so stacheln machen die fungie sticks und dann kann man die da vor ein haus vor eingang die habe ich auch schon öfters gesehen und die haben wir auf das mal guten stick guten euro so soll ich wenigstens noch mal sagen ich wechsle auch gleich dahin wo laufen wir denn hin ich habe keine ahnung ist da irgendwas dort ist ein hund da laufen wir denn also ein wolf laufen wir einfach mal den weg hier lang lange überlebensdauer habe ich noch nicht in dem spiel kommt ja alles und das meine ich ja und das möchte ich erst mal auf pfe ein bisschen nach nahrung wird ja auch glaube ich will schon richtig und dann irgendwann auf pvp zu gehen und da haben wenn ich jetzt hier schon wird so bist du nicht vergruppt wer bist du da bist du bei dem zum wie üblich jetzt mal Dings üblich jetzt mal den gesuchten voll vorbeigeschossen voll vorbeigeschossen ich rackelt er auch noch so dämmchen nachher oh ich hab ihn aber getroffen und jetzt die Pfeile kann ich die wieder nehmen ne natürlich nicht nein Alter bin ich ein schlechter Schütze ha 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 was ich halt auch cool finde ist äh Bären sammeln kann man äh äh ich finde ich hab irgendwie sowieso das Gefühl dass jeder da durch das Video hier dann irgendwann mal auf YouTube guckt bestimmt schon mehr von h1z1 weiß als ich und ich komme hier aber kann auch Bären essen verstehst du wie ich meine wo die dann sagen alter das wissen wir doch halt doch die Fresse okay okay komm hier hoch nee kann man nicht auf das zu steil oder wäre lustig gewesen wie sieht es ja am Ende der Map oder was oder geht es da weiter irgendwie also noch kann ich gut bergsteigen noch okay hier ist zu Ende oder ist das die Levelgrenze ach guck mal hier oh wir werden es gleich rausfinden und ich muss unbedingt mehr unten auf meinen rechten Bildschirmrand achten ich glaube hier ist so eine ne aber wenn ich denke da ist eine unsichtbare ah eine Base oh jetzt hab ich so laut geredet dass man sich bei dir wieder gehört hat da hat sich dann eine Base in die Berge gebaut auch gut natürlich schick hier oben rennen auch Zombies rum das ist auch nicht wie bei Daisy dass sie wirklich bloß in Städten rumrennen sondern überall okay also dieser Berg ist definitiv kein Ende wo ist sie denn wie ne gut irgendwann werde ich das rausfinden wie hier die Levelgrenze aussieht bei Daisy gibt es ja nicht wirklich ein Ende weil ich spiele dann einfach bloß nach Wald 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 ich hab grad das Gefühl dass ich dasselbe mache mit Wald 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 Gut möglich aber man kann es ja noch nicht wissen wenn man eben bei der Nummer Pfeile mitnehmen nein stoppt potenzielle Pfeile you drop it ein Woodstick das sagt doch mann voll Idioten ne 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 ui ähm ja war mein zweiter Zombie den ich mit äh und der hat ne Leiter der hat ne Leiter ja ja ok langsam raff ich sogar den Bogen ja wie viele Pfeile hab ich denn jetzt hier eigentlich ey das ist ja Wahnsinn ich glaub dann brauch ich erstmal keine mehr wenn ich die ja alle verarbeitet hab 15 Pfeile 15 Pfeile kommt man ein Stück hin würde ich sagen ja denk ich auch wenn du nicht die wild verballerst ne davon geh ich auch schon ähm kannst du dich äh essen trinken haben wir nix naja Bäume die kann man ja auch fällen aber dazu braucht man natürlich erst ne Axt denk ich mal ne kein logisch ne kein logisch würde ich sagen ist das so hm ja würde ich auch sagen oder irgendetwas oder von rechts an hier wo da aber er lässt locker das ist nett von dem Zombie du hast gesehen die droppen auch manchmal was das ist auch schön aber für mich sind die Zombies noch nicht so wirklich also ok ich sterb jetzt klar ich bin ja auch ganz am Anfang noch in meiner Erfahrung aber für mich sind die Zombies ja nicht wirklich eine riesen Bedrohung und dass man hier äh zusammenspielt im Team sagen wir mal so ja aber wie gesagt das Spiel ist ja wenn man so sieht noch in der Rohphase wo man ganz ehrlich äh so ein Spiel ohne PvP wäre auch vielleicht langweilig weil da bräuchtest du ja einfach nur rumzuladen und äh vor nichts das acht zu geben also vor Zombies dann herrscht denn hier nur ein Wolf hier ist doch gar kein Wolf wo laufe ich überhaupt hin ich könnte mal wieder hell werden das ist nervig öh hä hä und das war das warte aber hä muss ich mal kurz ins Team gucken ob früher das jetzt größer vorkam oder ob das auf einmal aufs Schlag hell wurde ja Entschuldigung dass ich jetzt hier so unkoordiniert rumlaufe aber ich guck gerade mal schnell um das zu ihm ach fack hätte ich das mal lieber gelassen ja ne der wird doch gestorben was der ist jetzt etwa gestorben ne 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 Wolf kam dann jetzt habe ich es aber auch verpasst hast du das irgendwie gesehen dass es heller wurde kurz nicht spielen nicht spielen sondern spielen der gucken oh meiner müsste das jetzt schon gewesen sein denke ich ich werde mal langsam hell dann habe ich wohl irgendwie einen kleinen Schatten kann man das jetzt schon wieder vorstellen ich laufe hier rum und suche hier und alle Leute die vor dem Bildschirm hocken die sich hier schon so ein bisschen auskennen meine Fresse du läufst doch ganz genau davon weg was machst du denn oh ein Haus und oh ein Auto ey das wärs ja jetzt ach ne das ist ein bisschen kaputtes Auto verdammt verdammt nach Fiedern Leiter und viele Leiter brauchen ich komme doch schon jetzt überall hoch ha 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 Rucksack Kaby auch schön immer oben wenn ich das sehen wie toll wird doch aussehen obwohl ich lieber echt in Ego-Ansicht spiel das ist irgendwie angenehmer geil geil Munition äh nein äh Du im. �� Hallo, nimmst du jetzt mal bitte diese scheiß Munition? Jetzt. Ach ja. So, äh, ist es vielleicht hinter der Tür was? Nein. Man darf sich aber auch nicht lang in so einem Haus aufhalten. Habe ich jetzt schon öfters mitgekriegt. Dann gehen ja definitiv Zombies auf den Sack nach einer Zeit. Weil ich hab gestern, war das gestern, wo ich gestreamt habe, oder war es vorgestern? Hm, vorgestern. Da war ich etwas zu lange im Haus, weil ich hier rummodelleert habe, wie das nochmal mit dem Stream ging, weil ich war ja drei Monate weg. Und ich wollte sich das mal wieder reinfetzen. Und als ich mich hier hin und hergestellt, gemacht, getan und auf einmal war das was von Zombies überrannt worden. Also ich kann mir aber vielleicht mal vorstellen, dass die nicht riechen. Und deswegen immer irgendwie nach einer Zeit lang, wenn du auf einer Stelle rumstehst, auf dich zukommen. Obwohl, das ist ja positiv für Camper, ne? Also Gegencamper, nicht Fügercamper. Gegencamper. Ja. Wenn die Zombies auf dich zugerangen kommen. Wie du das gebaut hast, ist, ich finde es doof. Ach so, ich hab jetzt... Ach so, ich hab ja kein Brunnen. Ich wollte ja gerade sagen, ich hab ja ne leere Flasche, aber ich hab ja gar kein Brunnen. Und irgendwie Wasser... Da ist so ein Grill hier. Ich meine, wie schön. Okay, äh, okay, ja, okay. Da liegt ne Flair rum. Wo ich nicht weiß, wie lang die Flares wirklich brennen. Oh, da ist ein Haus. Also es kann sein, dass der vor kurzer Zeit erst hier war und schon alles weggelootet hat. Oder vielleicht sogar... Ja super, wenn du da anvisierst, dann läuft noch Zeitlobe. Wo ist der denn? Oder irgendwo ein Zombie? Ich seh mich schon wieder total aus Schrecken. Was steht denn hier rum? Salz. Wow. Ah, der lockt hier Zombies in ne Falle. Ah, ist ja cool. Okay, dann wollen wir mal... Schau hin. Yeah. Kaffee. Licht. Käppi. Rucksack hatte ich noch? Ach, ich weiß auch nicht, ob ich schon hatte oder nicht. Ähm, nix. Nix, nix, nix. Würde ich sagen. Und ich werde jetzt auch hier von den ganzen Sachen, die ich hier hab, nix benutzen. Das werde ich natürlich erst machen, wenn ich... Oder wenn wir da irgendwie mal eine Session machen oder so. Ist ja drüben ist auch selber gebaut. Ja, dass du schon mal ein bisschen bewappnet bist. Wie? Ja, weil er ja nix benutzt, ist da... Wir sind jetzt jetzt gerade drauf vorbereitet. Verstehe ich nicht. Wenn ich eben nicht weiß, ich weiß, ich weiß, was das bedeutet. Oh, ich hab viele Häuser gefunden. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist ja fett. den Rucksack, den brauchen wir nicht ok, wir sind auf jeden Fall schon mal bewaffnet und können jetzt wenigstens ein bisschen auf Distanz killen und das ist schön und so möchte ich das gerne haben diese diese, diese, diese Dings, die machen mich noch fertiger, diese Rehe und Herrscher, weil du immer denkst, da ist ein Zombie nur klick, 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 klick das könnte aber echt länger hell sein hier ist doch ziemlich lang immer nacht oh, mitnehmen noch mehr Muni noch mehr Muni, weeey obwohl die mir ja nichts bringt, ich darf ja kein abschießen außer Zombies ich weiß nicht, brauche ich wirklich es gibt so wenig Brunnen, ich nehme mal noch vor allem die Bottles mit nichts auch nichts kann cool sein aber alles schön brauchen wir nicht wir gehen jetzt ja am besten mal systematisch vor wenn ich jetzt, ich höre, hast noch die Häuser oder noch die anderen Seite Hallo? Oh, ein Klo was ist das? eine Spritze immer interessanter, da gibt's Sachen Moms Pink Salomon oder so äh, ja, ich könnte sowieso mal was essen und da werde ich mir gleich mal Moms Pink Salomon essen und lecker 57 äh Kaffee bringt mir nix hier das könnte ich mal noch fressen und mit ein bisschen eine Spritze super so so das war's auch schon wieder mit Essen wir haben nur noch Black Berries lecker lecker Bären äh, Bären Bären, wollte ich sagen oh, wir haben schon wieder vegetarisches Essen wie toll wie war das, ne, Vegetarier hier? äh, 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 zu schwach um der Hand zu hin pfff nein, nix gegen Vegetarier du bist nix mit du bist nix mit du bist nix mit da wird auch noch schlechter oh, wir sehen auch mehr schränkler ins Chili nichts Immunboosters Empty Puddle Ist aber echt zur Zeit der Lood Simulator Oh, Yellow Cabby Das ist doch cool Ich will lieber eine Yellow Cabby haben Warum? Weiß ich nicht Blue ist noch mal eingeschlafen Nö 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 Na was mach ich jetzt Was mach ich jetzt Was mach ich jetzt Was du gemacht hast Du hast ja einen Cabby angezogen Nein Schon falsch Du hast doch im Inventar irgendwas ausgewechselt Und Wieviel Finger zeig ich Wieviel Finger zeig ich W управ wieviel Finger zeig ich wieviel Finger zeig ich das delay ist cool jetzt hast du erst mal die hand hochgehoben ich denke ich will dich wohl verarschen ja war mein anliegen Navy Teaser Ja der Kühlschrank sagt nicht viele sind wir sagen alle wollen cold medizin oder so ein zeug ich würde mich so mal ganz kurz gucken wenn ich jetzt hier sowieso mal was machte denn hier hier grüßen hier hallo äh quatsch ja ich bin friedlich alter hier macht er oh klatschen okay das sollte man was ist das denn halt das war falsch okay komm egal was gibt es noch lachen okay okay der wacke gerade mit dem arsch das ist aber cool dass du dich so oh da ist ja jemand oh jetzt haben wir das screenshot gemacht klar logisch f12 auf meine leute das ist doch aber aber okay okay Winnett von Mio.